Seht nach, ob ihr in ein... Droh... Das nächste... Ein Kaiserdäscher-Helm... Nehmen wir doch mal mit... Ich guck doch mal in meine Frösse nach der... Wow, wow... Hier ist noch ein Schwert... Wir sollten in Bewegung bleiben... Das Ding ist immer noch da draußen! Ist ja gut, erstmal erkunden, ne? Äh, das ist noch ein Schwert... Der geht schon... Äh... Also... Wir kleiden... Also... Wir haben... 1 auf R... Fusenlappen habe ich spontan an... Das geht aber ja nicht... Keine Lüche... Vielleicht, ne? So... Äh... Was ist zuerst mal... Bis zum nächsten... Ähm... Steuerung... Äh... Ehm... C-Mack-Sharg-Sharg-Dominü... Perspektive wechseln... F... F... Ah, okay... Ist doch so besser... Chum-Chum... 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 Chum-Chum-Chum... 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 Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum-Chum Boah ich treffe ja noch nicht mal richtig Ok der ist schon einmal besiegt Scheiß Arschbeuhen Was haben wir denn hier? E nehmen Also wir haben doch die gleichen Sachen anlocken Ja ja erstmal warten Nee Nicht da mal los Ich guck was war hier Gehen wir weiter Oh schade Cool Ist immer wichtig So Und jetzt? Ich brauch noch ein Schild wa? Warte mal Ja Oh Ich bin da zu blöd um zu lesen Wo kommt's da? Scheiß verdammt Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Oh ja. Was macht ihr denn? Wir müssen raus aus Helgen, sofort! Wer seid das? Die kaiserlichen Lagern hier Tränke. Die werden wir brauchen. Ihr Ulfweg und Himmelsfall. Was? Kratzer! Was ist das? Ha! Keine Sequenz. Zauber Tränke. Der Fallzeit noch hier. Boah, wie lange geht's denn noch hier? Ach du, das ist die Tür, wo die... ...spierende Bindete. Die Folterkammer. Ihr Götter, ich wünschte, die würden wir nicht brauchen. Hört ihr das? Jetzt ist Schluss. Kommt, 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 kommt. Aufpassen! Was macht ihr denn da? Bleibe den Boden mit eurem Bluttränke. Boah! Was wäre das? Also, du bist ein Lieber, hat ich eben. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Könnt ihr da was machen? Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Schnapp doch! Oh, okay. So kann man das schnellstück knacken. Ich verstehe es dir leider nicht. Oh, okay. Chin! Äh na! Oh, okay. Ich hab keine Ahnung. Sehr, wir schauen mal hier nochmal um, ne? Ja, wir sind schön, siehst du? Ich hab nicht genau den Mesh behindert. Ne Keule. Was da denn? Nehmen wir mal einfach. Backpack, Rucksack, Rucksack, Backpack. Yeah. So, so. Mit das da, ne? Was ist das für Waffen? Also, 1 Schwert tragen wir momentan. Zieht Schaden 8, ne? 8. Wow, wow, wow. Eisenstreitachs. Eisenstreitkoppel. Eisen 2, ne? Schaden sich 10. Drin. M2, was heißt das? Ah, scheiße. Ey, ich möchte nicht. Versteh ich nicht. Nein, geht das nicht mit dem. Nehmen wir mal den Streitkoppel. Kleidung. Mal ein Schild, wo es laufen kann. Komm, wegwerfen. Mit. Ja, geht rein lassen. Und wir können jetzt. Ach, super, stimmt. Waffen. Eisen. Streitkörper 10. Ah. Nehmen wir mal die. So. So. Jetzt kommt das auch hier. Das ist halt die. So, ne? Ach, hier können wir die Scheiße aufmachen. Versteh das gar nicht so richtig. Ja, was denn? Aha. Zaubertrag. Nur wie den Kapuze, nur wie den. Oh, die Selfie wird. Da muss ich mir mal. Ein Nackter Mann. Ey. Okay. Okay. Das war nicht viel weit. So. Letzter Schiss gelohnt. Äh. Oh, sind wir jetzt gegangen hier hoch, ne? 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 Ach. Ne? Nein. Okay. Schade. Was haben wir denn hier? Nichts. Das war hier. Auch nichts. Das war das Problem. Was haben wir denn hier? Nichts. Hier. Hier ist was gefangen. Auf 26, das kann ich noch verbessert. Gold, Beute. Gold. Nein, nein. Warte, wer ist das denn da? Was? Warte, ich muss nur erstmal hier durchsuchen. Haben wir das genommen, ich weiß. Na los, beeilt euch. Nein. Ich nehme mir nur das alles. Hab ich doch gesagt. Verfluchter Idiot. Oh, das ist ein Gefangener. Schäppiger, nee. Okay. Oh, oh. Hier sieht so gefährlich aus. Ich möchte nicht hier. Warum? Gehen wir denn hier? Wo beim Reich des Vergessen sollen wir denn hin? Wo ist der Ausgang? Einen Moment. Blöde Dusse. Einhändig. Ach scheiße. 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 War das eine Treppe? Warte. Ich schieß mich da gerade ab. Ich liebe Herausforderungen. Es gibt keine Karten. Es gibt keine Karten. Statt. Ja, die kannst du gut machen, ne? Warte. Wo ist das? Auf. Ich bin der Verstattel.